So, eure Aufgabe ist, sich anzuschließen und täglich stundsicher zu machen, wenn diesen Burren erfolgt der Meister. Und eins, zwei, und eins, zwei, drei, hey! Früher fühlte ich mich so in einer Befälte, noch gestreckt, gepeitscht und dreht im Mund von Anfang die Folter für mich entdeckt. Der Sinn entdeckt, er schiebe das Leben so durchsteu, so trau, Spaß, den hat ich lang nicht mehr und auch keine Frau. So zog ich da aus, das zum Entdecken, was mich wirklich kriegt, bis mich dann ein weißer Mann, so wollte Meister geschickt, der Meister spricht. Du bist da draußen, da willst du mit mir scherzen? Nein, nein, das ist mein größter Wunsch und der kommt auch noch von Herzen, so zeigt er mir, wie man es macht. Ich bin nur sehr erstaunt, die Lust auf Frauen, ja, die ist weg, bin nur noch gut gelaunt, drei, vier. Ich bin der Freund, der Meister der Folter, komm hier los, wie Korreter, ich bin da viele Maschinen, kann sie alle bedienen. Die Menschen haben und was steckt vor mir, da schenkt ihr mir, komm ich als erstes mal Bier, reden, tut's zwar keiner mit mir. Doch das ist mir noch ganz egal, zu reden, wir gehen sich alle unter Folterqual. So alle, die jetzt nichts zu tun haben, bitte mitplatschen. Sehr schön. So erwarte ich Tag aus zur Keine in meinem Folterkör, meine Methoden verfeinern sich und ich würde immer schwer. Eines Tages, da kommt ein Junge, der Herr, der wollte es foltern lernen, ich muss schon sagen, an diesem Gedanken, da konnte ich mich sehr erwärmen. So brachte ich ihm alles frei, so genau für den eigenen Sohn, doch er will meinen Arbeitsplatz, ja, das war denn mein Ton. Der Junge ist verheufend schlau und tut mich dann umzieren, so werde ich denn im eigenen Teiler mein Leben blutverführen. Jubelgeschrei für diesen Lindwurm, ich bin der Volkermaster der Folter, kommt noch bloß in der Vorholter, ich nenne viele Maschinen und dann sind alle mit ihnen. Die Menschen haben und was steckt vor mir, da schenkt ihr mir, komm ich als erstes mal Bier, reden, tut's zwar keiner mit mir. Doch das ist der, doch ganz egal, so reden beginnen sie alle, ohne, 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 und der Volkermaster. Tächte!